Da hätte wenigstens eine Abkürzung reinbauen können. Ja, einen neuen Spawnpunkt oder so. Tschüss. Soll ich den mal ablenken? Nö. Alter! Du kannst kommen wie du magst. Alles aufräumen, oder? Musst ja alles in Ordnung haben. Ja, genau. Ein riesen Müllaufen. Oha. Oh, ich hab noch Chips da. Ja. Ja. Also ich sag mal, ich geb mal neutral, oder? Hm? So schwer fand ich das jetzt nicht. Nö, nicht schwer, aber übelst geil gemacht fand ich. Hm. Den wir da oben hoch. Ja. Dann? Noch eins? Hm? Hab Schreiter. Noch eins? Ja, du möchtest noch, oder? Ja. Solang es kein Race ist. Okay. Ja. Und solang es mal funktioniert. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Von 14 Kars. Den kennen wir doch. Mhm. Ich hab mir kurz was zu trinken. Ja, ja. 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 Dann. Ja. 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 Wie du mhm umkriegst hier? Ich hab mir hier da drin rein. Aber wenn ich da runter geh, dann ist das Ding da. dass der mainz da hallo eigentlich stelle mich da nicht drauf hallo ich hätte ich gerade ultimativ rollen können mit dieser roten dings wand da laser wand ja aber jetzt würde ich mich jetzt selber trollen und mal hinter dir die müsste ich jetzt holen dann geht der laser der strahl hier an dann kannst du rüberkommen ja dann hol mal ha 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 angst 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 wie er hüpft bunny hopping ja wenn es um oben und 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 wieder an das kann doch da drauf bleiben was aber beide da fällt die da runter ja wie geht das fahrgün hm Kann ja eigentlich nur da hinten sein. Braucht man ja gar nicht zurück. Weil der eine geht ja durch und der andere nicht. Ja das ist der Absprungpunkt. Ja aber der eine geht durch. Ich denke mal, dass man den von da drüben irgendwie umleiten muss. Ja wenn ich rübergehe, dann kann ich den auch umleiten. Das ist nicht so ein Problem. Aber wohin? Weil da hinten sind ja auch keine Portalflächen, wo man das hin machen könnte. Gute Frage, nächste Frage, ne? Huh? Verstehe ich nicht. Auch nicht, aber es wird keine Lösung geben. Jetzt stehe ich mal kurz zurück da mit der Murmel. Was ich machen kann, ist den hier rauslassen. Laser? Ich habe ganz ehrlich keinen Plan, muss ich sagen. Bitte Möppi da drüben, mach mal Laser. Ja das war ja klar, dass das nichts bringt, ne? Ich sage mal, wenn, mach mal da einzeln, also den Laser dahin. Das heißt Laser. Ne das funktioniert so nicht. Ich komme nicht drauf, sorry, aber... Aber... Ich komme auch nicht, he. Äh. Äh. Und hier war nochmal... Mach nicht so Murmel. Mach mal die Brücke bitte nochmal an. Reicht nicht. So hoch war's wert. Ich komme jetzt eh nicht mehr zurück. Nei. Hey. Ehh, hehehehehe. Neee!